Ende werden wir ein richtig krasses Experiment machen, bleibt also bis zum Ende und schaut das Video auf jeden Fall zu Ende. Ach ja Leute, die verschiedenen Sachen aus den Filmen zu gießen, habe ich natürlich auch nicht vergessen. Nun habe ich leider für einige Videos gelben Dollar bekommen. Das heißt, Algorithmus von YouTube rankt die Videos nicht mehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann schaut die Videos unbedingt bis zum Ende. Denn am Ende habe ich eure Kommentare eingeblendet. Wenn du deinen Kommentar im nächsten Video sehen willst, dann hinterlasse ein cooles Kommentar unter diesem Video und ich werde deinen Kommentar im nächsten Video einblenden. Und ja Leute, schaut was wir die letzten Wochen so getan haben. Wir haben uns einen neuen Schmelzofen gebaut. Schaut wie klein der Ofen ist, oder? Nein, der neue Ofen ist riesig. Wir haben dafür zwei Wochen gebraucht. Und ratet mal, warum wir den gemacht haben. Ja, mein alter Ofen ist fast schon nicht mehr zu gebrauchen. Wir haben schon einiges in meinem alten Ofen geschmolzen. Nicht mehr lang und der fällt auseinander. Leute, wir könnten jetzt in diesem Ofen riesen Mengen Metall schmelzen. Also Leute und jetzt zum Video. Vor ungefähr einem Jahr habe ich das Blackview zum ersten Mal getestet. Ich habe das Handy in eine Bärenfalle reingeschmissen und das Handy hat überlebt. Damals haben wir auch glühendes Metall auf ihn drauf gegossen. Es war so, viel Metall ist einfach runtergeflossen. Aber von unten aus hat das Metall ihn ziemlich angeheizt. Das Handy ist sogar runtergefallen. Hinten hat das Handy einige Tropfen von heißem Metall abbekommen und lag direkt in der Pfanne mit heißem Metall drin. Damals haben mir einige geschrieben, hey, das war nicht fair, du hast nicht getroffen und bla bla bla. Okay, dieses Mal werden wir das Handy komplett einmal im glühendes Metall reintauchen. Lasst uns zum letzten Mal meinen alten Schmelzofen anwerfen und das Metall schmelzen. Heute werde ich Aluminium schmelzen. Die Dichte von Aluminium ist nicht so hoch wie zum Beispiel bei Kupfer. Es braucht auch nicht so viel Temperatur zum Schmelzen wie Kupfer. Wir werden aber Kupfer ein wenig überhitzen, da unser Ofen bis 1500 Grad aufheizt. Ich habe auch eine riesen Tige in meinem Schmelzofen drin. 10 Kilo Leute, wir werden 10 Kilo Aluminium haben. Also Leute, unser Aluminium ist bereits geschmolzen. Von oben werden wir den kompletten Schlag abschöpfen. Wir wollen ja nicht, dass der Schlag am Telefon kleben bleibt. Wie ihr das seht, funktioniert das Handy einwandfrei. Das ist die aktuellste Serie von Blackview. Ich konnte das Handy auf normale Art nicht zerstören. Naja, ihr wisst bereits, was ich schon alles mit diesem Handy angestellt habe. Leute, lasst uns mal eine kleine Wette machen. Schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Handy, wenn ihr meint, dass das Handy überlebt. Und wenn ihr meint, dass das Handy kaputt geht, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, Hashtag kaputt. Alle Kommentare mit einem Hashtag bekommen ein Herz von mir und eine Überraschung. Also Leute, mit so einer Zange klemmen wir das Handy ein und die Zange binden wir an einen Stock. Das werden wir natürlich aus einer sicheren Entfernung machen. Dazu halten wir natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen ein. Schutzkleidung ist Pflicht. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal, sondern seit vielen, vielen Jahren. Also wir sind bereit, das Wichtigste ist, das Handy einmal ins Wasser zu tauchen. Ihr werdet es gleich sehen, warum. Oh Leute, das war cool. Und ich kann euch eins sagen, ich habe vergessen, Slow-Mo-Aufnahme anzumachen. Am Schluss haben wir sechs Mal das Handy in flüssiges Metall tauchen müssen, um diese Aufnahme zu machen. Das ist wirklich unglaublich und das Handy funktioniert noch. Und bei den letzten zwei Mal, wo wir das Handy getaucht haben, ist der Schlag hängen geblieben und hat das Handy ein wenig unten geschmolzen. Das Bildschirm funktioniert noch. Ich nehme jetzt die Folie ab. Und voila. Wie neu, Leute. Keinen einzigen Riss. Nichts. Normalerweise platzen die Scheiben einfach auf, wenn das so heiß wird. Ihr habt bestimmt schon so ein Video gesehen, wo Menschen mit nackter Haut durch glühendes Metall fahren. Viele schreiben unter diesem Video, dass das ein Fake ist. Wir haben uns dadurch inspirieren lassen und wollen das ausprobieren. So was ähnliches haben wir schon mal mit einer Hühnerpfote gemacht. Das ist leider nicht gut ausgegangen. Bei dem Video haben wir die Hühnerpfote für mehrere Sekunden im heißen Metall gelassen. Wichtig ist es aber, die Sachen zuerst ins Wasser zu tauchen. Die dünne Wasserschicht schützt das Handy für Millisekunden von heißem Metall. Da wir uns aber auf YouTube befinden, kann ich das natürlich nicht an mir selbst machen. Sonst wird das Video ganz schnell gesperrt. Deswegen werden wir das mit einer Schweinepfote machen. Ich werde heute die Schweinepfote und eine Zunge in flüssiges Metall reintauchen. Ich werde heute die Schweinepfote machen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Die Schweinepfote spürt das natürlich nicht. Die werden dann die Hunde bekommen. Aber man sieht auch keine Brandflecken auf der Haut. Man hat auch deutlich gesehen, wie die Wassertropfen nach dem Eintauchen abgetropft sind. Also Leute, man sieht überhaupt keine Brandflecken. Aber das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Man sieht irgendwie überhaupt nichts. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwas erkannt habt. Also Leute, lasst uns mal eine Zunge in flüssiges Metall reintauchen. Die Zunge wurde davon nicht bearbeitet, nur gekocht. Die habe ich von einem Metzger geholt. Wir werden jetzt überprüfen, wie die Haut reagieren wird, wenn man die für kürzeste Zeit in glühendes Metall eintaucht. Oh, warte, nach zweimal will ich die Zunge unbedingt anschauen. Und man sieht es sogar, Leute. Schaut mal, die dunklen Flecken. Man sieht sofort, dass die Flecken erst jetzt nach dem Eintauchen gekommen sind. Wenn einer von euch es weiß, warum diese Flecken jetzt bei der Zunge aufgetaucht sind, kann der gerne in die Kommentare schreiben. Vor ungefähr einem Jahr haben wir schon mal fast das gleiche gemacht. Wir haben eine Zunge in flüssiges Kupfer eingetaucht und sehr lange drin gelassen. Und damals konnten wir die Zunge nicht durchbraten. Das heißt, die Oberhaut von der Zunge schützt die Zunge ziemlich stark. Und wenn ihr das wollt, werde ich eine Gummihand ins flüssiges Metall tauchen. Und wenn ihr das jetzt sagt, oh, das ist ja eine Gummihand, dann sage ich euch das. Wir werden die Hand jetzt mit Schweinefett einreiben. Das soll ungefähr die Fettschicht dem Gummi geben, die wir Menschen so auf der Oberfläche haben. Wir tauchen die Hand einmal ins Wasser ein und schieben die dann in unseren flüssigen Metall. Oh, 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 Leute. Ich glaube, man sieht es deutlich. Meine Meinung nach, es lohnt sich nicht, eine Hand in flüssiges Metall zu stecken. Vielleicht seid ihr andere Meinung? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht haben wir bei dieses Mal auch was vergessen. Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Liked das Video, Leute. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis bald. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. MDR mediagroup Uip.